Boah, leck! Schwert! Ich kann nichts machen, aber... Ja, wenn du einmal vom Chat betroffen wurdest, hast du diesen... ... dass du nichts mehr hast, ist das Bug. Äh, Bug. Zeig schon. Über! Hast du noch Crystal Shards? Weil hier liegt noch ein bisschen... Ja, wegen den Potions. 150er. Ah, ein Life Crystal. Du bist auch 400 Crystal, oder? Mhm. Bauen wir halt auch gleich den Meteoriten bei dir unten ab. Come on! Ja. Nein, jetzt fließt noch ein bisschen Lava runter. Komm her. Ich bin getroffen. Ach! Come on, Archer, sind ein Scheibkombi! Komm mich! Voll mit dir! Komm, stirb! Das kann... Stirb! Stürb! Ah! Ach so, jetzt gehen jetzt. Ey, ich sterbe nicht mehr super. Oder du, weil du ihnen Schaden jetzt machst. Ja. Ein reifliches Kobalt vorkommen. Bei dir oben. Ja. 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 Ja, ich brauche dich hoch zu sagen. Ja, ich weiß nicht. Ja, ich weiß nicht. Ja, fuck, 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 fuck. So viel! Da geht's los. Ja! Ja, ich hab' recht viel drauf. Ja, ich hab' lange nicht gebraucht. Ja, okay, ich weiß nicht, was da ist. Ja, ich hab noch gearbeitet. Ich glaube. Oben, ganz oben Nein Keins mehr, glaube ich Ich habe das eine genommen Das Archer-Emblem Ähm, ich guck nochmal Was du hast, das ist glaube ich Das Medium-Emblem Ich guck nochmal, ob noch eins da ist In unseren Kästen Nein Hast du die eigentlich mit voll Mana voll gepimpt? Mit Mana bin ich auch voll Nein, nix da Ja, da hatten wir Da hatten wir doch keins Ach halt, der Flames kann ja auch rein Klickstack Nach Christian Schaß Mach weg So Hast du unten was zerstört, damit ich wieder hochkomme? Äh, jup Tür ist raus Okay Ich bin auch wieder auf dem Weg da runter Um das Ding so dazu machen Ja Ja ne, warte noch Weil sonst würde ich auch gerne schnell hochgehen Und bei dir das Teil herstellen Das Dann baue ich mir die Rüstung komplett fertig Dann baue ich für dich auch die Rüstung fertig Äh, Kobalt Birka Aus 7 Dann würde ich sagen, wir versuchen also zerstes. Destroyer oder Twins Mhmmm H Veterans Kann ich fertig machen, oder? Nee, warte, ich bin grad am... Paar Leute töten. Wo ist denn... Ach, da ist die Tür. Unten sind drei Türen drin, gern. Weh, Natur. Okay. Äh, vier, weg. Okay, jetzt kannst du bauen. Hm, oder? Ah, mir fehlen nur zwei Bahnen für... Eine. Ah ne, hab schon. So, hab meine Beine. Nein. Set Boni! Sensu, not consume ammo. Was? Ammo? Ammo, kannst du's nicht? Doch, Verteidigung, oder? Rüstung. Nicht armor. Ammo, Munition. Ach so? Hä, kennst du wirklich nicht? Eigentlich doch, aber... Irgendwie ja nicht. Äh, oder willst du jetzt doch melee machen? Nö, ich mach das schon. Ja, okay. Das hab ich, das hab ich, das hab ich. Wo kann ich das jetzt bauen? Bestimmt beim Bücherregal, gell? Hm. Echt ja, du. Wie baue ich das? Bücher, in Holz. Holz haben wir wo? In der Kiste unten. Okay. Zehn Holz reicht bestimmt nicht. Äh. 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 Pss. Haha, 20 Holz. Ja, es gibt doch Bäume. Ja, ja. Das Problem ist, ich hab keine Axt. Mach's dir eh, ne? Ja. Äh, ja. Oder ich mach's mir ganz einfach. Ich kauf mir jetzt ne Copperware bei dem alten. Nein! Ach, nochmal zwei Live-Christos gefunden. Boah. Bist du jetzt oben, oder was noch? Hm. Hm. Ich bin grad an deinem Bücherregal. Bounded. Ach, ich geh jetzt mal in die Corrupted Zone. Ja, Cursed. Äh. So. Mana Flower und Mana Pot brauche ich. Was ist da eigentlich oben dein? Was ist da eigentlich oben dein? Mit just Gift und Mana Pot hat. Hm. 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 Und ich hab auch deine Mana Flow, jetzt zusammen. Wohl. Wohl. Weißt du, ich geh mit ner Verzauberung, ja oder nein? Ja, zwei damage plus. Mh... Kaufe dir auch gleich Mana-Pots. Boah, was hat mich... Ein Jellyfish hat mich gekehlt, ne geile... Oh... Ah, das muss wehtun. Das tut auch weh. Ja, aber die Jellyfish sind auch sterbe geworden. Mh, hol ich noch... Zwei Gold, bist du erreicht. Ach du, es kommt doch endlich mal hier. Ähm... So, dann komm ich mal runter. Erst wenn ich die Sachen sortiert habe, sonst ist gleich meine Verta wieder voll. Oder auch doch nicht. Mach was du denkst. Was? Mach was du denkst. Komm her! Ich will gerade... Ah, ja, ich komme. Küfflein... Einmal das noch... Das noch... Uhhh... Nöööö. Gerade am sortieren... ja ja klar ja zerstört die halbe wohnung ja ja ist doch gut Schwert und jetzt habe ich das Bett abgebaut hast aber viele Pots gemacht, ja? äh, Pots ist nicht gemacht, gekauft ok die kann man nur kaufen, glaube ich soll ich noch herstellen kosten 5 Silber also nicht die Welt ja 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 Verbrennen die Illusionen auch nicht, oder? Ich hab ne Idee Hallo, bei uns Ja Ja, wir bauen Du hab Ich kenn das auch Ah ne, sonst ist das zu langweilig Wir haben uns so viele Messchoppen so viel erleichtert Ah, blauer Na, so ein bisschen, aber hat uns erleichtert Ich hab nicht gesehen, dass ich hier Wo war das mal, das ist da mal ein Typ, was du gesehen hast Oh, da oben irgendwo war das Ist ja schon mal so, wo war das Na ja, das ist bestimmt nicht Wo war das Wir haben auch noch lacks Hier Ja hier sind glaube ich Ja dann würde ich sagen gehen wir mal rüber Ja gleich holen wir noch die einzelnen Crystal Shards Oh nein Oh wenn ich das auch mal gerne haben will Cursed Flames Ja können wir das später machen Pass auf hinter ihr ist Excalibur Aber Cursed Flames finde ich nicht so stark Du kannst jetzt fast 3 Paaren Mana für 12 mehr Schaden Das ist aber cool Ja, ist doch cool Ah, machst du schon Schaden Ist das alles ob sie die haben? Ja Oh, super Ist das ein Mana für den Mana? Haben sie zum Glück gut eingeführt, weil das braucht sie auch für den Mana auf die Dauer Schaut mal, wie schnell Aha Und es hat auch kein Coo-Down oder sonst was Wenn du weitergräbst, kommst du an Cobalt ran Keine Fall of Night Ich hab bisher nur eine Das war auch nur bis Mit viel Glück Welcher? Ich bin noch Skubel Mhm Gute Aber ich finde sie in der Corruption sind die Viecher schlimmer Wieso? Bist du in der Korruption? Das ist vielleicht nicht Gute Das war's für heute. 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 Oh, giant bird.